Und jetzt sind wir auch wieder bei der wohl schon längsten Mission aller Zeiten. Hier bei Command & Conquer. Ich gehöre glaube ich ins Bettchen. Wir haben nur noch als Gegner hier die wenigen Fahrzeuge plus die Infanterie. Ich werde versuchen jetzt hiermit erstmal mit dem Vieren hier zu versuchen, dass ich es halt genügend Panzer halt vermisste. Vielleicht könnte ich sogar... Das ist auf jeden Fall schlecht. So mein Hauptgedankengang, den ich jetzt noch habe, ist heute. Scharfschützen Team, wen sollen wir neutralisieren? Scanner neues Gebiet. Wir suchen vor. Wir suchen jetzt vor. Wir suchen jetzt vor. Wir suchen jetzt vor. Wo läufst du denn hin, bitte? Das wäre schön, wenn es so außer Sicht bleiben würde. Das wäre schön, wenn es so außer Sicht bleiben würde. So. Dann würden wir uns noch die hier kümmern. Scharfschützen Team, wozu vier Scharfschützen hinschicken, wenn einer es irgendwie besser reißen können. Da ist er. Gegner in der Nähe. Scanner neues Gebiet. Bleiben außer Sicht. Der ist erledigt. Sind unterwegs. Wir rücken vor. Da ist er. Ziel anvisiert. Was sehen Sie? So. Was ich sehe? Er ist auf jeden Fall jetzt ein besiegter Gegner. Lang, lang hat es auf jeden Fall gedauert. So. Ich gehe auch schon fast davon aus, dass das halt die letzte Mission ist, wo wir so extrem wenig Geld zur Verfügung haben. Tendenziell haben wir jetzt auch schon sowieso gewonnen. Wir müssen jetzt nur noch formal die Gebäude hier vernichten und gut ist. Ist das Gebiet sicher? Sind unterwegs. Schellotin bereit. Schellotin bereit. Bereit. Konzentration. Einheit besördert. Erwarten Befehle. Schellotin bereit. Ziel bestätigt. Predator. Greifen an. Predator Crew bereit. Welche Einheit auch immer befördert worden ist. Alles sehr recht. Vorsicht. Der Heimdienstdaten aktualisiert. Vorsicht. So. Not Banner weg. GDI Banner hin. 37 Minuten für die Mission. Das haben wir. Das haben wir. Ein Geheimdiensteintrag nicht entdeckt. Holet am Anfang des nächsten Parts nach. Vor weniger als 24 Stunden wurde die nordöstliche blaue Zone noch von Nordtruppen belagert. GDI Truppen wurden überrannt. Ihre Kommandozentrale stand kurz vor dem Fall. Und die freie Welt stand kurz vor dem Abgrund. Aber ein mutiger Truppenkommander konnte einige Siege in DC erringen, die offensichtlich weitere GDI Triumphe in der ganzen Welt nach sich gezogen haben. Die William Franks stunden heute mit Director Redmond Boyle. Es ist doch so, dass die Erfolge der GDI wirklich ermutigend sind. Sogar sehr würde ich sagen, wir kämpfen dort einfach um unsere Zukunft. Aber William, ich kann Ihrer Ansicht nicht zustimmen, dass der Ausgang dieses Krieges noch ungewiss ist. Es kann hier meines Erachtens überhaupt nur einen Sieg der GDI geben. Wir haben den Willen und die Unterstützung der Bevölkerung. Was will man mehr? Das Volk will unbedingt Rache. Auge um Auge. Und genau die werden Sie bekommen. Scheint nur die Frage offen zu sein, können Sie dieses Versprechen halten? Denn viele prominente Kriegsanalysten sehen in ihrer doch sehr mangelhaften Erfahrung ein ernsthaftes Risiko. Ich glaube an meine Generäle und Kommandeure. Es sind die Besten der Besten. Und ich bin sicher, sie verdienen nicht nur mein Vertrauen und das Vertrauen meines Ministeriums, sondern das Vertrauen des Volkes, weil wir für dieses Volk kämpfen. Wir kämpfen, um es zu beschützen. Das Untergraben des Vertrauens zwischen dem Volk und seinen Beschützern wäre, wie ich glaube, ein Fehler. Akt 2 GDI Oberkommando Washington DC Blauzone B2 Kommander, egal was Sie in den Nachrichten gesehen haben, glauben Sie mir, dieser Krieg ist noch lange nicht vorbei. Wir haben immer noch eine Reihe von blauen Zonen, die umkämpft sind. Der Ausgang ist offen, aber etwas anderes bedrückt mich. Kommen Sie. Im Verhör haben mehrere Kriegsgefangene immer wieder ähnliche Drohungen ausgesprochen wie diese. Hier, sehen Sie mal. Das ist nur der Anfang. Feuer wird vom Himmel regen. Seuchen werden eure Körper vernichten. Und eure Seelen werden um Vergebung winseln, wenn Cain erst rechtlich wütend ist. Es könnte sich um die typischen Tricks der Nod handeln. Aber es klingt so, als planten Sie den Einsatz von Massenvernichtungswaffen und deshalb schicke ich sie nach Nordafrika. Wenn Nod welche hat, werden Sie sie dort finden. Hoffentlich erstickt ein Präventivschlag diesen Albtraum im Keim. Oh, und Commander, lassen Sie niemanden davon erfahren. Das Volk ist verängstigt genug. Sandra setzt im Moment alle Puzzleteile zusammen und Sie bekommen die Details von Curse. Das wäre alles. Und jetzt sind wir im Geheimnisbau. Commander, die Situation in Nordafrika ist immer noch instabil. Ägypten wird unser Hauptziel sein. Wie sich herausgestellt hat, ist eine Bewässerungsanlage vor Kasabat in Wirklichkeit eine Nod-Chemie-Waffenfabrik. Offensichtlich müssen wir sie ausschalten. Im Norden ist der Hafen von Alexandria. Dort verschifft Nod seine Waffen in den Rest der Welt. Und es kommt noch viel schlimmer. Wir glauben, dass Nod im Norden Kairos Atomwaffen in einer unterirdischen Anlage herstellt. Das mag erklären, warum das Gebiet so gut gesichert ist. Jedenfalls ist der erste Schritt zur Säuberung dieses Sektors die Zerstörung dieser Chemiewaffenfabrik in Kasabat. Und ich denke mal, hier hat man jetzt das allererste Mal halt einer der ganz, ganz wenigen Sachen halt tatsächlich gehört gehabt, die zwischen der, ja, ich sag mal, der geschnittenen und der ungeschnittenen Fassung und so der kenetischen halt ist. Und zwar ist es so, dass in der geschnittenen Fassung wird hier dann von einer Aurora-Bombe, hat er gesagt. Hier wird von einer Atombombe, hat er dann gesprochen. Ich glaube, es gibt noch eine andere Änderung, die jetzt halt noch mit da drin ist. Ja gut, man könnte halt sagen, noch zwei. Das eine sind halt andere Skins, das andere ist halt, ähm, ist eine Einheit von dort. Mehr ist nicht geändert worden. Deswegen sag ich persönlich, ist das eigentlich, es ist eigentlich ein bisschen lächerlich, dann halt so eine geschnittene Fassung. Und dann halt ab 16 sind wir nun eine ungeschnittenen, ab 18. So, Kasabat, räumen Sie die festestige Notchemie-Waffenfabrik in den ägyptischen Kasabat. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe den Kontakt zu den Zone-Troopern verloren, mit denen Sie sich bei der Chemiewaffenfabrik treffen sollten. Sie sagten, Sie hätten etwas gefunden, dann fielen Schüsse, dann war die Verbindung gestört. Sehen Sie schnell nach, was passiert ist, Commander. Und schalten Sie die verdammte Fabrik aus. Gut, ähm, eine Sache, die ich dann noch sagen wollte, ist halt, äh, bezüglich der gesamten Schauspieler, die wir hier gesehen haben. Zum Beispiel, Redmond Boyle dürfte eigentlich ein ziemlich bekannt sein. Äh, Granger ist halt sehr bekannt. Und, äh, und zwar bei Edmund Boyle ist es so, das ist nämlich der Schauspieler von Lando aus Star Wars. Tatsächlich. Ähm, dann haben wir noch, ähm, Granger, der halt von Michael Irons halt gespielt wird. Und, ja, ich habe jetzt gerade von Edmund Boyle den richtigen Namen nicht im Kopf, aber egal. Ähm, sehr bekannt unter anderem, äh, für mich zumindest von so ein paar Sachen, unter anderem Starship Troopers. Und, äh, ja, das wollte ich eigentlich mal kurz gesagt haben. Ähm, ansonsten gibt es noch ein paar aus, äh, Lost, meine ich. Aus, äh, noch so ein paar anderen Sachen, aber nicht so viele, sag ich jetzt mal. Aber ich würde sagen, gehen wir in die Mission rein. Die Tonsicherung vermutet hinter der Fassade eine Bewässerungsanlage in Kasabat, eine Chemiewaffenfabrik. Die GDI hat im Zielgebiet eine vorgeschriebene Basis errichtet, um einen Angriff vorzubereiten, aber wir haben den Kontakt verloren. Auch die Zone Trooper, die der Sache nachgehen sollten, melden sich nicht mehr. Sichern Sie die Basis und finden Sie raus, was mit der Fabrik los ist. Der letzte Funkspruch der Zone Trooper kam von dieser Kaserne davon. Sichern Sie das Gebiet. Einheit wird angewiesen. Okay, zeigen wir es Ihnen. Jawohl, Feinde identifiziert. Raketentrupp kampfbereit. Geheimdienstdaten, kampfbereit. Wieso? Das dauert nicht lange. Infanterietrupp, zerstören wir ein paar Fahrzeuge. Geheimdienstdaten aktualisiert. Initialisiere Video-Aplink. Commander, das Ziel ist nun doch keine Chemiewaffenfabrik. Sie entwickeln etwas mit Tiberium. Schalten Sie die Anlage aus und versuchen Sie genaueres herauszufinden. In dieser Fabrik werden aller Wahrscheinlichkeit nach Tiberium-Waffen hergestellt. Zerstören Sie die Fabrik. Noch schlimmer. Haltet die Waffen bereit. Eingraben. Uns liegen Informationen über Fahrzeugfabriken in Ihrer Nähe vor. Zerstören Sie sie. Oder übernehmen. Einheit bereit. Verschanzen. Ausbildung. So, wir werden auf jeden Fall... Neues Bonus-Ziel. Ausbildung. Feindliche Einheiten in sich. Wir brauchen Raketentrupps, um diese Venoms loszuwerden. Positiv. Wir gehen rein. Raketentrupp-Kampfbereit. Rheingdienstdaten aktualisiert. Raketentrupp-Einsatzbereit. An die Arbeit. Ist der Weg sicher? So, dort werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen... Trooper stehen bereit. Das finde ich gut. So. Auch die Trooper haben halt so eine Sprungfähigkeit. Was halt... So nützlich ist. Verstanden. Dann wollen wir mal. Einheit befördert. Sehr schön. Ausbildung. Trooper sind auch tatsächlich... Was für Teufel ist das ganze Tiberium? In den Nord muss es abgebaut haben. Gebäude eingehen. Trooper Basis wird angehoben. Geheimdienstdaten aktualisiert. Na super. Trooper sind einsatzbereit. Was brauchen Sie? Es geht los. Was brauchen Sie? Was brauchen Sie? Dann wollen wir mal. Hm, hm, hm. Trooper sind einsatzbereit. Ausbildung. Infantrie-Trop-Bereit. Melden uns zum Dienst. Infantrie-Trop-Bereit. Infantrie-Trop-Bereit. Hier. Nachschlag. So. Jetzt werden wir hier ein bisschen... Trooper auf jeden Fall behalten. Motenunterstützung. Eingraben. Jawohl. Ihr könnt eigentlich dann hierbleiben. Trooper stehen bereit. Okay, ihr könnt dann nicht rein. Raketen-Prob aufgepasst. Ihr geht dann dafür rein. Einheit bereit. Ausrücken. Einfach mal was Neues bauen. Einheit bereit. Bodenunterstützung. Ja, Sir. Haltet die Waffen bereit. Alles klar. Verstand. Feindliche Einheiten in sich. Ausrücken. Einheit wird an. Wir sind hier. Und zack, zack. Ich werde hier ein bisschen hier auch primär mit den... Motenunterstützung. Dings hier... Erledigen. Raketentrop einsatzbereit. Ihr könnt hierbleiben. Trooper stehen bereit. Wir sind hier. Trooper sind einsatzbereit. Brauche ich nur... ...und ist klar. Trooper sind einsatzbereit. Dann wollen wir mal. Die Trooper sind tatsächlich sehr, sehr gut für... Trooper sind einsatzbereit. Trooper sind einsatzbereit. Einheit wird angegriffen. Unsere Befehle. Unzureichende Mittel. Trooper stehen bereit. Jawohl. Auf geht's Trooper. Was brauchen Sie? Ihr geht mal so ein bisschen zurück. Noch mehr Trooper. Das ist gut. Ich würde auch sagen, dass wir jetzt allererstes erstmal die Waffenfabriken halt vernichten. Und der Vorteil halt ist, mit diesen Troopern, wir können hier einfach rüberspringen. Und die können hier super schön schnell, dass sie halt alles erledigen. Ja, komm, ich werde das hier erledigen. Gutes. Einsatzziel erreicht. Los, Jungs. Los geht's. Juuu. Zack. Beenden wir die Party. Dann wollen wir mal. Auf geht's Trooper. Ich regle das. Jasser. Botenunterstützung. Du kannst da hin. Was soll ich denn machen? Zerstören Sie in Not- Auf geht's Trooper. Vorposten. Das können wir auf jeden Fall auch schon machen. Roger. Dafür haben wir mehr als genug Truppen. Ingenieur einsatzbereit. Bereite Kontrollcodes vor. Jawohl. Unsere Befehle. Aufpassen. Lord ist unberechenbar. Ja. Einheit befördert. Dann wollen wir mal. Wobei, ich bin gerade am überlegen. Ich bin gerade am überlegen. Ich bin gerade am überlegen. Am überlegen. Ja, das habe ich dann schon gefürcht. Und ab. Raketentrupp einsatzbereit. Einheit verloren. Rang wollen wir mal. Los Jungs. Raketentrupp einsatzbereit. Wir müssen her. Jawohl. Raketentrupp einsatzbereit. Los geht´s. Roger. Dann sollen wir mal. Verstanden Commander. Ja Sir. So. Raketenkopf vorwärts. Was habe ich denn als... Sekundär zu noch. Unsere Befehle. Jawohl. Trooper. Unsere Befehle. Auf geht´s Trooper. Wir sind hier. Roger. Unsere Befehle. Unterwegs. Jawohl. Das ist gut. Was brauchen Sie? Wir sind hier. Unsere Befehle. Zeit zu gehen. So. Trooper. Auf geht´s Trooper. Ja. Feindlicher Stützpunkt in sich. Feindliche Einheiten in sich. Raketentruck kampfbereit. Ziel anvisieren. Geheimdienstdaten aktualisiert. Feuer frei. Macht sie fertig. Einheit wird angegriffen. Wir haben sie. Feuer frei. Ja Sir. Ja. Seid vorsichtig. Seid vorsichtig. Unsere Befehle. Ach ich liebe die Trooper. Die sind so herrlich. Verstanden. Feindliche Stützpunkt in sich. Macht sie fertig. Einsatzziel erreicht. Es geht los. Die Trooper sind einfach super. Geheimdienstdaten aktualisiert. Roger. Das ist keine Chemiewaffenfabrik. Sie benutzen Tiberium. Mission erfolgreich. Eine Einheit verloren. Das ist ganz gut. Jupp. Das sieht auch gut aus. GDI Oberkommando Washington DC. Blauzonne B2. Herzlichen Glückwunsch Commander. Die Anlage, die sie in Kasabat eingenommen haben, brachte uns viele wichtige Informationen. Unglücklicherweise ist die Lage schlimmer als befürchtet. Nod baut dann eine Tiberiumwaffe. Dr. Giroux von GTEC leitet das Analystenteam. Dr. Was können Sie uns darüber sagen? Nod steht vor dem Einsatz einer Waffe mit Flüssigtiberium. So viel steht fest. Unsere Daten sind allerdings noch vorläufig. Aber wir befürchten, dass Flüssigtiberium eine Sprengkraft hat, die vermutlich zehnmal größer ist, als die einer Atomwaffe mit 200 Megatonnen. Nun, mit dem richtigen Katalysator entsteht bei einer solchen Explosion auch eine sich selbst erhaltende exotherme Reaktion. Sie meinen eine Kettenreaktion? Ja, genau. Jede unmittelbare Tiberiumablagerung, ob flüssig oder kristallin, würde wohl sofort detonieren. Mein Gott, in einer gelben Zone könnten das Tausende und Tausende von Hektar sein. Danke Doktor, wir hören voneinander. Damit ändert sich alles. Commander, sichern Sie diese Flüssigtiberiumwaffe, bevor Nod sie benutzt. Das hat für uns alleroberste Priorität. Schalten Sie sofort den Hafen von Alexandria aus, sonst verschiffen Sie von dort Waffenteile aus Ägypten. Wenn Sie dieses Problem gelöst haben, konzentrieren Sie sich auf Kairo. So, für diejenigen, die sich jetzt natürlich halt fragen, von wegen ja, hier und da und jenes. Wir können hier halt zwischen den Akten auch hin und her springen. So werde ich halt das auch mit dem Weißen Hauss der Zeit hier machen. Auf jeden Fall haben wir jetzt halt einen etwas kurzen Part, nachdem wir halt das letzte Mal einen längeren Part hatten. Ich bedanke mich auf jeden Fall für's Zusehen und sage damit bis zum nächsten Let's Play Part. Blatt SFB, meldet sich ab. Jetzt voi,もう mal elfrage, bin ich gekah party! . , Vielen Dank.